Hier haben wir die Riesenfontäne von der Firma Nikon, auch mit dem 3-Sterne-Logo. Und die haben mal Scheiße hergestellt? Und die haben mal Scheiße hergestellt. So, ich packe mal aus. Also für diese Riesenfontäne haben wir eine Nem von 41 Gramm. Ja, dann ist das ja schon fast eine Mogelpackung. Aber auch nur fast. So, da hätte man sie auch auf Verpackung sparen können. Alles gesehen? Sind die nicht auch früher hier in den Leuchtspektakel und so mit drin gewesen? Beziehungsweise in den Leuchtsortimenten von denen? Ja. Korrekt. Siehe da. Nur, dass der Fuß rot ist. Und dort schwarz. Ein Stück da. Ich kriege mir sogar noch den Finger ab und dran. Ich betone, Riesenmülkaner. Naja, riesig sieht er aus. Und ein Riesen-Scheiß. Und das ist das.